Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland zeigt dein Gesicht, fürchte dich nicht. Bevor ich die Versammlung veröffnet erkläre, möchte ich hier noch auf die Rahmenbedingungen eingehen. Viele von euch kennen das ja schon. Ich bitte alle Personen, die nicht in einem Hausstand sind, einen Abstand von 1,5 Meter zueinander zu halten. Genau, kennt ihr wirklich teilweise schon. Und den Teilnehmern wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Das ist optional, wenn ihr wollt. Des Weiteren haben wir da vorne eine Kontaktliste lesen zur Kontaktnachverfolgung. Da könnt ihr euch eintragen, müsst ihr aber nicht. Genau. So, und dann erkläre ich die Versammlung veröffnet und ich übergebe meinen Riko auch gleich an Bernd, weil er hat ein sehr interessantes Gerichtsurteil dabei. Also dabei wird er davon erzählen. Ja, grüß euch. Erst einmal muss ich mich bei dem Christian wieder bedanken, dass er heute wieder angemeldet hat. Bei euch muss ich mich bedanken, dass ihr wieder da seid. Ein paar werden hoffentlich noch kommen. Ja, ich habe euch beim letzten Mal erzählt und da war es gerade noch nichts herausen, dass wir eine Mutter mit ihrem zehnjährigen Sohn unterstützt haben, wo die Schule ein Attest mit Begründung, also mit Diagnose nicht anerkannt hat. Und dann war man dann schon ganz gut dabei und dann hat er selbst das Gericht der Schule angeschrieben und hat gesagt, okay, also normalerweise entscheiden Gerichte so, dass das anerkannt wird. Aber die Schule hat dann zurückgeschrieben oder das hat dann der Freistaat Bayern gemacht im Namen der Schule. Nein, wir bestehen da drauf und wir erkennen auch kein Attest an mit Diagnose. Das muss man sich mal vorstellen. Es steht im Gesetz drin und steht in der Verordnung drin, dass es anerkannt werden muss. Aber die Schule und der Schulleiter sagt, nein. Ich glaube, ich habe euch auch letztes Mal schon erzählt, die pädagogischen Fähigkeiten dieses Schulleiters. Ich war da mal selbst mit vor Ort. Und dann hat er praktisch den Jungen gefragt in der Klasse, warum trägst du keine Maske? Ich kann keine Maske tragen. Wo ist dein Attest? Hier ist mein Attest, aber ohne Diagnose. Das geht nicht. Dann hat er den vor der Klasse rausgeholt und nach Hause geschickt. Der Junge hat da fast drei Wochen Unterricht versäumt. Die Mutter hat jeden Tag hingeschrieben und gesagt, mein Sohn wird in die Schule kommen. Sie haben ja natürlich gedroht mit Ordnungswidrigkeit und Kindesentzug und allem Pipapo. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber wir haben ja auch manchmal Erfolg. Es war genau nach der Versammlung hier, wie ich heimkomme, war das Urteil da. Und zwar in jeder Hinsicht ein Sieg. Nicht nur so, dass der Junge von dem Zeitpunkt an wieder in die Schule gehen durfte und auf dem ganzen Schulgelände ohne Maske sein durfte, sondern der Streitwert wurde auf 5.000 Euro festgelegt. Und der Freistaat Bayern darf das auch zahlen. Und da will ich euch einfach auch jeden ermutigen. Ich meine, es wird nicht jeder Prozess, oder in dem Fall war es ja ein Eilantrag, es wird nicht alles Erfolg haben, aber es hat eine Menge Erfolg. Ich kriege das momentan wirklich an allen Ecken und Enden mit, dass die Gerichte sehr wohlwollend sind. Was heißt wohlwollend? Es geht gar nicht um wohlwollen, sondern die Gerichte sprechen Recht. Und in dem Rahmen, was die Gesetze zulassen, sprechen sie eher für die Kinder als gegen die Kinder. Und deswegen müsst ihr das nutzen. Man muss zwar vielleicht ein Geld in die Hand nehmen, man muss einen Rechtsanwalt sich suchen. Es bleibt auch dabei, meine Kontaktdaten habt ihr oder kriegt sie bei Christian auch. Wenn ihr wirklich mal was braucht, könnt ihr auch euch direkt an mich wenden, dass ich versuche für euch jemanden zu finden oder euch jemanden zu empfehlen. Aber eure Kinder sind alles Geld und alle Energie der Welt wert, weil das ist unsere Zukunft. Und es gibt mittlerweile Kitas, wo ab drei Jahren bestimmt wird, dass Kinder eine Maske tragen müssen. Und wir müssten dagegen kämpfen. Und ich bitte euch da ganz fest, kämpft damit. Ja, und wir haben dann gleich die erste Rednerin. Wir haben eine, in meinen Augen schon sehr prominente Rednerin da. Das ist die Lisa Maria Binder-Rutenstrauch. Ist das richtig? Oder so ähnlich. Entschuldigung. Die ist vom Verein als Liebe zum Grundgesetz. Der sitzt in Grafing und unterstützt eben auch oder führt auch Klagen durch, wenn es um Dinge geht wie Kinder in der Schule, um die Sicherheit der Kinder in der Schule in Verbindung mit Corona. Aber da wird es euch jetzt gleich selber ein bisschen was erzählen. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Dankeschön für die Einladung, lieber Bernd. Wir haben selber mal in Haar gewohnt. Das heißt, wir fühlen uns sehr verbunden mit Haar. Ist noch nicht so lange her. Und schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich stehe heute wieder hier, weil ich mich für ein Leben in Würde und Freiheit für alle Menschen einsetzen möchte. Jetzt ist es so, nach neun Monaten friedlichen Widerstands, Zeiten des Recherchierens, des Publizierens, des auch juristischen Vorgehens, wie der Bernd schon erzählt hat, stellt sich, finde ich, für mich die Frage, stimmt der Kurs noch? Ist unser Vorgehen sinnvoll? Wir haben ja gesehen, am vergangenen Mittwoch, die sehr eilige Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes, wo ja in einem Rutsch die Abstimmung im Bundestag, im Bundesrat und sogar die Unterzeichnung durch das Bundespräsidenten vorgenommen wurde. Da stellt sich die Frage, können wir also was tun? Haben wir überhaupt Einfluss auf eine Politik, die unser Leben ja bis ins kleinste Detail regeln möchte? Ich finde, zuerst müssen wir mal feststellen, wo wir immer noch stehen. Also immer noch werden Verordnungen ja gerechtfertigt mit der Begründung, dass wir es mit einer pandemischen Situation zu tun haben. Und jeder, der möchte, der kann sich, wer Interesse daran hat, kann sich mit dem Tatsachengehalt dieser Behauptung auseinandersetzen. Der kann sich aus medizinischer wie auch aus juristischer Sicht damit auseinandersetzen. Und jeder, der es dann aushält, in leider menschliche Abgründe zu blicken, erkennt, dass das eben nicht der Fall ist. Seit dem Frühjahr dieses denkwürdigen Jahres zeigen uns die Zahlen des RKI, der obersten Bundesoberbehörde in Deutschland, die ja den Kurs der Politik vorgibt, dass deren Darstellung in der Öffentlichkeit mit ihren Zahlen, mit ihren Grundlagen ihrer Bewertung nicht Übereinstimmung zu bringen ist. Und wir können Hunderte und Tausende von Diskussionen darüber führen, ob einzelne Maßnahmen irgendwie im Detail sinnvoll oder möglicherweise verhältnismäßig sind. Aber ich würde sagen, dabei verzetteln wir uns. Es gibt aus meiner Sicht sehr wenige, ganz basale Fragen, die eben geeignet sind, eine rechtliche, eine soziale und auch eine menschliche Antwort zu finden. Und eine darunter ist eben, wie pathogen ist denn überhaupt diese Erkrankung, von der die Welt spricht? Wie krank machen das sie also? Ich halte es natürlich kurz, wir wissen es ja längst. Von Anfang an gibt es eine Antwort, die drückt sich im IFR aus, der Infection Fatality Rate, also die Infektionstodesrate, die liegt für Deutschland bei 0,36. Durchschnittsalter der Covid-19 verstorben zwischen 80 und 86 Jahren. Die Zahlen bis in den Sommer hinein waren vom 1. März an rückläufig. Das heißt also, jedwede Maßnahme, die stattgefunden hat, Lockdown, Maskenpflicht und so weiter, konnte überhaupt gar keinen nennenswerten Einfluss auf die Rückläufigkeit dieser Zahlen haben. So, und ob Masken nun geeignet sind, Träger im Umfeld zu schützen, ob Abstände geeignet sind, möglicherweise erforderlich sind, um die Übertragung des Virus zu erschweren, Fragen dieser Art kommen eben immer erst an zweiter Stelle und müssen überhaupt gar nicht mehr zwingend beantwortet werden. Wir wissen, dass eine Situation der sogenannten Triage in Deutschland nie bestanden hat. Wir wissen um die Erklärung der Bilder, die uns aus Bergamo und New York gezeigt wurden. Wir wissen, wie jetzt die sogenannten Infektionszahlen in ihrer numerischen Anzahl erhöht werden können. Und wir wissen, wie jetzt im Moment die sogenannte Auslastung der Intensivkapazitäten numerisch als verknappt dargestellt werden kann. Wissen wir aber auch wirklich, was während dieses Schauspiels mit uns Menschen passiert und wissen wir wenigstens, was mit unseren Kindern passiert? Ist uns bewusst, welchen tiefgreifenden Einfluss das Distanzieren, die Isolation, das Angstmachen voneinander für uns Menschen besitzt? Ist uns klar, welche dramatische Wolte wir in Sachen Pädagogik ganz abrupt seit März 2020 vollzogen haben? Es ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr das Schlimmste, was unseren Kindern geschieht. Dennoch, ich selber arbeite mit Eltern und ihren neugeborenen, ungeborenen Kindern in der Praxis in Grafing und auch im Geburtshaus in München und zeige den Eltern, wie man mit Kindern so von Anfang an umgehen kann, dass sie ihre Bedürfnisse ernst genommen und wahrgenommen werden, dass sie sozusagen artgerecht groß werden können. Und dafür ist es eben wesentlich, dass deren Grundbedürfnisse erkannt werden. Und wenn der Säugling dann schon gespiegelt bekommt, mein Bedürfnis ist existenziell, dann kann sich ein gesundes Selbstgefühl ausbilden. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir später stabil im Leben stehen können. Und uns dann eben in Krisenzeiten wiederholen können, was uns verlustig gegangen ist, damit wir wieder heil werden können. So, und jetzt ist Krisenzeit. Und das zeigt sich ironischerweise gerade daran, an den Stimmen, die wir ständig wiederholen, also, mich trifft das überhaupt nicht. Ich merke überhaupt nichts von dem großen Zeh. Also bis man dann fragt, und wie geht es euren Kindern so? Und dann stimmt, sagen dazu manche Väter. Das muss ich noch fragen. Wir haben bis in die 20er Jahre dieses 900.000 eigentlich großartige Fortschritte gemacht im Zusammenleben mit Kindern. Wir hatten eigentlich erkannt, dass es darum geht, möglicherweise Kinder darin zu unterstützen, ihren eigenen Seelenplan zu erfüllen. Und dann ist Jesper Juhl gestorben. Und das Schicksal hätte sich keinen tragischeren Zeitpunkt dafür wählen können. Aber nach St. Martin dieses Jahres geht es eben darum auch gar nicht mehr. Auch nicht, dass Maria Montessori weinen würde, wenn sie sähe, was an den Schulen umgesetzt wird, die mit ihrem Namen in der Schule werben. Das ist nicht das größte Drama im Kontext der Zeit. Heute geht es tatsächlich darum, dass unsere Kinder möglichst schadfrei an Leib und Seele gehalten werden. Ist uns also hinreichend bewusst, welchen schädlichen Einfluss das Bedecken unserer Gesichter für uns alle, aber besonders für unsere Kinder hat? Die Verordnung zum Tragen von Masken hat tiefgreifende Wirkung auf unser soziales, unser gesellschaftliches Miteinander. Man muss nicht mal darum wissen, woher diese Ideen eigentlich stammen und an welcher Stelle sie sonst von Menschen eingesetzt werden, um zu erfassen, was sie mit uns Menschen und sozialen Wesen tun. Das geht. Ist uns also hinreichend bewusst, welchen schädlichen Einfluss das Bedecken von Mund und Nase insbesondere für unsere Kinder hat? Freilich alle paar Tage ploppen neue Informationen im Internet auf und Ärzte warnen und erklären. Ein Teil der Menschen spricht jetzt von diesem Argument mit dem Todtraum, das natürlich zutreffend ist. Aber ist es uns wirklich bewusst? Also erinnern wir uns doch nochmal, Menschen brauchen, wie alle übrigen Wesen auf diesem Planeten, die mir bekannt sind, Sauerstoff zum Atmen. Und wenn dieser uns nicht genommen wird mit einer absolut stichhaltigen Erklärung, dann müssten wir eigentlich allesamt dringlich sehr nachdenklich werden. Das Tragen von Masken ist bei Kindern kontraindiziert. Was heißt das? Das klingt ja irgendwie so harmlos. Das bedeutet, dass es aus medizinischer Sicht die Anwendung einfach ausgeschlossen ist. Die darf schlichtweg nicht angewandt werden. Das ist so wie bei Aspirin bei unter 10-Jährigen. Man weiß in der Pharmazie, wie gefährlich das ist und deswegen hält man es für absolut ausgeschlossen, dieses Risiko einzugehen, das Kindern zu verabreichen. Aber das ist noch nicht durchgedrungen zu allen Menschen, denn ich sehe Kinder, die Masken tragen. Ja, und was macht es mit uns, wenn ich Sie jetzt konfrontiere mit diesen Tatsachen? Das zeigt uns ja nämlich unsere scheinbare Hilflosigkeit auf. Wir fühlen uns unfähig, eine gute Entscheidung zu treffen. Kinder sollen in die Schule gehen, sie sollen ja diese Masken tragen, die Atteste werden nicht erkannt, wir wissen das ja alles. Und dann fühlen wir uns ausgeliefert und dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und das ist das Schädlichste aller Gefühle, die ein Wesen erleiden kann. Und jeder, der bereit ist dazu, der darf sich gerne mit diesen Mustern einmal auseinandersetzen. Und ich möchte daran erinnern, jede der Vorgehensweisen, die pandemisch seit 2020 auf diesem Planeten umgesetzt werden, erzeugt Ohnmacht. Jeder darf für sich selbst entscheiden, weshalb dies also vorgenommen wird. Jeder, der sich fragt und davon spricht, diese Maßnahme macht doch keinen Sinn, der darf jederzeit erkennen, dass von Anfang an keine der ergriffenen Maßnahmen Sinn gemacht hat. Darum kann es also überhaupt nicht gehen. Ich kann Ihnen berichten, also was aber tun, ist die Frage. Was können wir tun? Ich kann Ihnen berichten, ständig werden juristische Vorgehensweisen geprüft und falls sie hinreichend Erfolg versprechend sind, dann werden sie umgesetzt, auch von unserem Verein. Das machen also wir, das machen zahlreiche anwaltliche Gruppierungen. Und wenn nun ab einer x-beliebigen Schule eine bestürzte Gruppe von Eltern sich zusammentut und scheinbar an einem Strang zieht, was passiert dann? Dann zeigt sich ein kürzer folgendes Bild. Es herrscht Uneinigkeit, wie man vorgehen soll und es herrscht Angst. Obwohl sich also viele Menschen der Einschätzung anschließen, hier passt etwas nicht. Die umgesetzten Maßnahmen sind nicht verhältnismäßig. Es muss sich etwas ändern. Dann gibt es den Willen und die Kraft zur Veränderung, möglicherweise bis hin zur Unterstützung von Initiativen, die etwas tun möchten, aber sie reicht selten bis dahin, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Und es ist ein menschlich erklärbares, nachvollziehbares Verhalten, weil man ja abwägen muss, welche Konsequenzen das nach sich zielt, wenn man also sich hier zum Beispiel in die Öffentlichkeit stellt. Es ist ebenso erklärbar und nachvollziehbar, dass Solidarisierungen stattfinden, wo sie menschlich nicht schlüssig sind, aber sie sind eben auch Ausdruck von zweierlei Dingen. Erstens, dem Schutz des eigenen Selbst durch Solidarisierung, durch den Gemeinwachen mit Personen, die einen schädigen, zum Beispiel mit Schulleitern. Dieses Phänomen ist in der Psychologie hinreichend bekannt und zweitens ist Ausdruck davon, dass man sich eigentlich selbst der Verantwortlichkeit entzieht. Ja, denn, und dabei bleibe ich, diese Verordnungen wären allesamt nicht möglich gewesen, hätte das Volk gemeinsam gesagt, nein, wir machen nicht mit. Applaus Applaus Und das ist bis heute offensichtlich nicht möglich. Mittlerweile sehen wir uns zwei Glaubensrichtungen gegenübergestellt. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft möglich ist. Und wir alle hoffen ja, dass diese Zukunft nahe ist. Applaus 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 Für mich ist es klar, nach monatelangem Recherchieren, Einordnen, Reflektieren, diese Situation fordert uns überhaupt nicht nur juristisch und medizinisch, intellektuell und sozial, ich glaube, sie fordert uns letztlich in einer ganz spirituellen Weise. Wer es aushält, die Demaskierung unserer Entscheider nüchtern zu betrachten, der sieht, dass die gewählten Strategien und deren Umsetzung mit einer durchschnittlich menschlichen Erregung überhaupt gar nicht mehr zu erklären ist. Daraus leitet sich also eine Aufgabe ab. Jeder Mensch darf erkennen, lernen, wo seine eigene rote Linie verläuft, die über, also um gar keinen Preis überschritten werden darf. Und wenn das dann geschehen ist, dann gilt es im nächsten Schritt Nein zu sagen. Das kostet unendlich viel Kraft. Kraft, die Diffamierung auszuhalten, die Ausgrenzung, den eigenen Zweifel, die Trauer und die Ohnmacht. Und trotzdem möchte ich Sie konkret im Mindesten dazu ermuntern, Nein zu sagen, wenn es um die grundsätzlichsten Bedürfnisse ihrer Kinder geht. Denen, die noch vor denen stehen, einfach nur zu spielen, sich zu entwickeln, Freunde zu treffen und unbeschwert zu sein. Ich spreche von den Grundbedürfnissen, Sauerstoff zu atmen und CO2 abzuatmen. Denn ja, Kopfschmerzen und Schwindel sind beim Maskentragen nur ganz eventuell Ausdruck von Verspannungen oder anderen Dingen, sondern halt ziemlich plausibel der einer beginnenden CO2-Vergiftung. Da spricht man von der Hyperkapnie. Und ich ermutere weiter, in diejenigen Menschen zu adressieren, die Maßnahmen umsetzen. Jeder, der auf seine persönliche Nichtverantwortung hinweist, sei es in Geschäften, in Unternehmen, am Arbeitsplatz, in den Kirchen oder eben in den Schulen und auch in den Kindergärten. Es ist geradezu ein immanenter Ausdruck eines Unrechtssystems, dass es nur gelingt, wenn Menschen es stützen. Und jeder Mensch, der nicht Nein sagt, sondern mitmacht, bildet die Grundvoraussetzung dafür, dass das Unrecht sich perpetuiert. Und wenn Sie mich fragen, ja, soll mein kleiner Beitrag angesichts der Übermacht des globalen Agierens sein, dann möchte ich Ihnen nur antworten, wenn genügend Menschen aufstehen und ihre roten Linien aufzeigen, dann bricht das System zusammen. Und Sie können derjenige sein, der gerade noch notwendig gewesen ist, damit die kritische Masse an Menschen erreicht wurde. Wir alle sind in der Verantwortung. Also zeigen wir doch unsere Offenheit für den Dialog. Suchen wir weiterhin den Diskurs. Seien wir einfach Vorbild für das, was wirkliche Solidarität ist. und bewahren wir unsere Haltung. Unsere Verantwortung erstreckt sich auf unsere eigene Gesundheit, auf unsere Kinder, auf unsere Politik, auf den Zustand, auf unsere Erde. Es führt also überhaupt gar keinen Weg daran vorbei. Übernehmen wir sie, die Verantwortung. Herzlichen Dank. Ja, danke, Lisa Marie. Also ich glaube, viel eindrücklicher geht es gar nicht. Ich kann jetzt bloß mal kurz darauf eingehen, mit dieser Eigenverantwortung. Es fängt bei jedem von uns selber an. Und das große C hat Gott sei Dank wirklich auch viele gute Seiten. Weil das Leben ist eben nicht mehr so, wie es war. Und ich kann euch nur eins sagen, natürlich ist es schwer. Und es ist ein Widerstand, nach außen zu gehen und das zu machen. Aber ich mache das jetzt auch schon seit sieben Monaten oder acht Monaten und gehe in der Firma und gehe in meinem ganzen Umfeld nach außen. Es gibt eine ganze Menge Leute, mit denen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Aber es gibt noch sehr viel mehr Leute, mit denen habe ich jetzt Kontakt. Und dieser Kontakt, über den freue ich mich wahnsinnig. Und da brauche ich nicht nachdenken. Das sind Menschen, wie es ihr alle hier steht, da braucht man nicht überlegen, sage ich da jetzt das Richtige, sage ich das Falsche, bin ich ein Guter, bin ich ein Schlechter, was meint der von mir? Das ist da alles nicht wichtig, weil du gehst da hin und du schaust dich an und da ist eine Schwingung da und dann geht das gerade von ganz alleine. Und dann haben wir jetzt schon Erlebnisse gehabt, ein paar sind hier, die wissen das schon mit mir zusammen. Da bist du auf einmal eine Stunde im Auto und dann fährst du irgendwo hin und erzählst dir Sachen, die erzählst du anderen Menschen nicht nach fünf Jahren. Und das ist einfach ganz was Besonderes. Das heißt, wir finden uns hier auch und auch diese Chance ist einfach ganz was Schönes. Und ich kann euch auch da wieder nur ermutigen, geht es nach außen, jeder in seinem Tempo, jeder in seinem Rhythmus, wie er kann. Das kann nicht jeder gleich und das kann sich nicht jeder vorne hinstellen, aber ihr werdet sehen, ihr werdet auch alle irgendwann mal hier stehen. Und wenn ihr nicht hier steht, ist es egal, dass ihr da steht, dass ihr auf dem Weg seid, ist eine super Angelegenheit. Die Lisa-Marie, da hat noch mal ein bisschen was über ihren Verein in Grafing sagen, weil das, dass ihr da auch mal ein bisschen erfahrt, was da geht, weil da könnt ihr euch im Zweifelsfall auch mal hinwenden. Darf ich das Wort noch mal an dich geben, bitte? Genau, noch kurz etwas zu unserem Verein. Das ist der Verein aus Liebe zum Grundgesetz, den habe ich zusammen mit Mitstreitern und freundlichen Nachbarn in Grafing im Mai dieses Jahres gegründet. Der Vereinszweck ist, wir sammeln Spenden eben zur Beschreitung des Rechtszwecks gegen die aus unserer Sicht rechtswidrigen, möglicherweise verfassungswidrigen, menschenrechtswidrigen Verordnungen. Und wir haben schon einiges an Geld zusammengesammelt und haben auch schon einige Dinge getan, Anfragen ans RKI, ans BMG, die noch ausstehen, beziehungsweise wir haben nur so halbscharige Antworten bekommen, da müssen wir jetzt vermutlich Klage einreichen, damit wir die Antworten erhalten und das andere ist eine Klage gegen eine Isolationsmaßnahme einer Dame, die auch zur Testung gezwungen wurde. Das ist jetzt im Moment vor Gericht anhängig. Wir warten eigentlich in den nächsten Tagen auf die erste Rückmeldung. Genau, ich habe vorne auf den Tisch Flyer hingelegt. Da freue ich mich, wenn Sie die mitnehmen wollen, gerne auch weiter verteilen und natürlich freuen wir uns, wenn wir unterstützt werden, denn es sieht so aus, als ob wir noch ein bisschen durchhalten müssten und noch ein paar Euro gut gebrauchen könnten. Dankeschön. Applaus Applaus Ich würde jetzt die mutigste Psychiaterin von Haar ankündigen und dann schauen wir, wenn wir noch alles was reden will. Kommt Sie zu mir, Nina? Applaus Hallo, jetzt kann ich besser sprechen als das letzte Mal, da war ich so weit weg vom Mikro. Liebe Eltern und Großeltern, liebe besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger, was uns hier heute in Haar das zweite Mal zusammenbringt, ist die gemeinsame Sorge um unsere Kinder. Ich selbst lebe jetzt schon ungefähr seit 20 Jahren in Haar und habe unter anderem einen Sohn, der in die dritte Klasse geht, in die Ganztagesklasse in der St. Konrads Schule und der am Beginn der Maßnahmen dazu gezwungen war, acht bis neun Stunden am Tag eine Maske zu tragen. Inzwischen sind es immerhin nur noch sechs Stunden und ich als Mutter wurde dazu gezwungen, dass ich das ertrage, dass ich ihm nicht helfen kann, obwohl er ganz klar sagt, dass er das nicht will. Das macht mich traurig, ängstlich, wütend und es macht mich vor allem hilflos und ohnmächtig. Die Worte sind vorher gefallen. Und trotzdem will ich anderen gegen übertolerant bleiben und auch respektvoll umgehen. Deshalb habe ich das letzte Mal eben als Wissenschaftlerin versucht, um die Emotionen rauszunehmen, zu euch zu sprechen. Und heute will ich als Psychiaterin zu euch sprechen und da das Thema Zwangsmaßnahmen einfach erläutern. Es ist leider so, dass Zwangsmaßnahmen zum Alltag bei uns in der Psychiatrie gehören und damit ist aber nicht nur gemeint, immer das, was man so im Horrorszenario vor sich hat, also sowas wie eine Fixierung, eine Unterbringung, eine Isolierung, sondern als Zwangsmaßnahme gilt zum Beispiel auch, wenn wir das Bettgitter bei Sturzgefährdeten hinmachen, dass sie nicht aus dem Bett fallen. Und als Zwangsmaßnahme gilt zum Beispiel auch, wenn man einen Vorsatztisch Vorsatztisch für einen Rollstuhl vor einen Rollstuhl tut, damit die Menschen nicht rausfallen. Wenn man das regelmäßig anwendet, ist es eine Zwangsmaßnahme, weil derjenige, also wenn er nicht zustimmt, also alles, was sozusagen irgendwie eingreift in die Gesundheitsentscheidung, ist eine Zwangsmaßnahme, wenn nicht die ausdrückliche Zustimmung vorliegt. Wir Ärzte stehen dann immer in dem ethischen Dilemma, dass wir einerseits eine Fürsorgepflicht haben für den anderen. Und diese Fürsorgepflicht wird ja jetzt im Moment auch immer angebracht, sozusagen von der Regierung und andererseits haben wir aber natürlich die Patientenautonomie, die wir respektieren müssen. Da äußern sich auch große Gesellschaften wie die DGPPN, die sagt, Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat das Recht über seine Lebensführung und damit auch über Maßnahmen, die seine Gesundheit betreffen, selbst zu bestimmen. Auch der Ethikrat hat sich geäußert und hat gesagt, jede Anwendung solchen wohltätigen Zwang ist, also auch wenn die Ärzte das Beste wollen und den Patienten schützen, dass er nicht rausfällt, zum Beispiel. Also wenn der Arzt, genau, stellt jedoch einen schwerwiegenden Eingriff an das Grundrecht des Betroffenen auf ein selbstbestimmtes Leben dar und ist folglich in besonderem Maße ethisch und rechtlich rechtfertigungspflichtig. Das Rechtliche haben wir vorher schon gehört, das finde ich ganz entscheidend, weil jede von diesen Maßnahmen muss von einem Arzt explizit angeordnet werden, klar begründet werden und dann zusätzlich auch noch von einem Richter genehmigt werden. Auch das ist unser Alltag in der Psychiatrie und sonst dürfen wir keine Zwangsmaßnahme durchführen. Jetzt kann man sich überlegen, ob die Maskenpflicht in Grundschulen sozusagen als Zwangsmaßnahme indiziert ist und ob die den rechtlichen Bestimmungen, die wir als Psychiater auch einhalten müssen, auch gerecht wird. Das heißt, als allererstes müsste eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen. Das heißt, so immer nach halb so Pi mal Daumen in 48 Stunden, ganz klar ist es nicht definiert, muss eine akute Gefährdung für die Gesundheit bestehen oder für das Leben, entweder das von den Betroffenen oder von anderen. Dass eine akute Selbstgefährdung bei Kindern durch Corona nicht vorliegt, das gibt ja genug Studien dazu, dass man sagt, unter 50 ist es wahrscheinlich sogar weniger gefährlich als eine Grippe und gegen Grippe gab es noch nie Zwangsmaßnahmen. Das heißt, die akute Selbstgefährdung kann man da ausschließen und dann bleibt nur noch die akute Fremdgefährdung. Das heißt, ich gehe jetzt mal sogar netterweise davon aus, es liegt durch unsere Kinder eine akute Fremdgefährdung vor. Das heißt, sie gefährden uns vital, wenn sie keine Maske tragen. Das ist schon eine sehr gewagte These meinerseits, aber sonst kann man sowieso aufhören zu reden. Deshalb, das setze ich jetzt schon voraus. Aber selbst wenn das vorausgesetzt ist, also selbst wenn jemand einen anderen akut gefährdet, darf man keine Zwangsmaßnahme durchführen, sondern es müssen ganz klar weitere Punkte vorliegen. Das ist einerseits, die Maßnahme ist geeignet, das Behandlungsziel zu erreichen. Das würde bedeuten, wenn unsere Kinder die Maske acht, neun Stunden am Tag aufhaben, dann reduziert das auch wirklich das Risiko, dass andere erkranken. Und dafür gibt es schlichtweg keine Studien. Es gibt ganz widersprüchliche Studien bei Erwachsenen, es gibt keine Studien bei Kindern und schon gar nicht unter Alltagsbedingungen, weil ich weiß, dass wenn mein Sohn durch die Leibstraße geht in der Früh und es regnet, dann wird die Maske in die Jackentasche gesteckt, dann wird sie in der Schule wieder aufgesetzt, dann wird sie in der Pause wieder runtergenommen. Das heißt, ob unter diesen Voraussetzungen ein Schutz vor Corona vorliegt, das hat noch niemand erbracht. Ich bezweifle das auch. Und es gibt ja sogar Studien, die sagen, es kommt eher zu einer Zunahme des Risikos durch die Maßnahme. Das andere wäre, mildere Mittel sind nicht erfolgversprechend. Und das ist garantiert nicht der Fall. Das wissen wir. Es gibt Plexiglasscheiben, es gibt Luftfilter, es gibt Abstände. Ich höre dann immer, das ist nicht durchführbar, weil es zu kompliziert ist, weil es zu viel Ressourcen bindet, weil man nicht genug Platz hat. Und da muss ich sagen, es wäre ein milderes Mittel. Und dadurch, finde ich, ist es alleine schon rechtswidrig. Es gibt mildere Mittel und die müsste man anwenden, aus meiner Sicht. Applaus Nächster Punkt, zu dem habe ich letztes Mal schon etwas gesagt. Der zu erwartende Nutzen überwiegt die Beeinträchtigungen deutlich. Ich habe ja gesagt, der Nutzen ist unklar, aber noch viel krasser finde ich, dass wir überhaupt nicht wissen, was für Beeinträchtigungen auf unsere Kinder zukommen. Und zwar nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch in 10 oder 20 Jahren, weil wir wissen, dass zum Beispiel die Sterblichkeit von Depressionen deutlich höher ist als von Corona. Also Corona sagt man immer 0,2 Prozent ungefähr Sterblichkeit. Wir wissen, dass 2,2 Prozent der depressiven Patienten durch Suizide versterben. Das ist das Zehnfache. Das andere ist Art und Dauer. Der Behandlungsmaßnahme wird auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt. Ich glaube, da kann ich jetzt, also wenn das bedeutet, acht, neun Stunden müssen die Kinder eine Maske auf der Nase haben, dann muss ich sagen, das ist garantiert nicht das zwingend erforderliche Maß dafür. Applaus Außerdem, und es ist eben immer eine ärztliche Maßnahme, wenn es Gesundheit betrifft, heißt es, die Aufklärung über Art, Dauer, Erfolgsaussichten und Risiken der Maßnahme wird nachgeholt, sobald es der Gesundheitszustand des Betroffenen zulässt. Bedeutet jetzt für mich zwei Dinge. Einerseits, jeder von uns müsste aufgeklärt werden, was bringt diese Maske, wie lange muss man diese Maske aufsetzen, mit welchem Erfolg müssen wir die Maske aufsetzen und welche Risiken birgt die Maßnahme. Und dass das schlichtweg nicht bekannt ist, ich habe keine Aufklärung darüber erhalten. Das andere ist aber auch, sobald es der Gesundheitszustand des anderen zulässt. Und ich bin der Meinung, sozusagen, wir gehen in der Psychiatrie davon aus, dass bei jedem, wo so eine Zwangsmaßnahme durchgeführt wird, eine mangelnde Einsichts- und Steuerungsfähigkeit vorliegt und derjenige nicht in der Lage ist, seine Meinung und seinen Willen frei zu bilden und kundzutun. Das ist die Voraussetzung. Und da muss ich sagen, wir sind hier heute zusammen und wir sind aus meiner Sicht klar dazu in der Lage, unseren Willen zu bilden. Wir sind klar einsichts- und steuerungsfähig und wir können unseren Willen auch kundtun. Kurz zusammenfassend kann man sagen, das waren sozusagen die Punkte, die klar vorliegen müssen. Ich weiß nicht, außer der akuten Fremdgefährdung, die schon mutig vorausgesetzt wurde, würde ich sagen, dass keine dieser Punkte erfüllt ist. Das heißt, aus meiner Sicht als Psychiaterin würde ich sagen, es ist eine rechtswidrige Maßnahme. Wir haben keine Indikation für eine Zwangsmaßnahme, schon gar nicht bei Kindern. Weil wir in der Medizin auch ganz klar die Prämisse haben, wir müssen Kinder in besonderem Maße schützen. Und da gelten noch viel krassere, das sind jetzt die aus der Erwachsenenpsychiatrie, Zwangsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie müssen noch viel krasser behandelt, werden noch viel krasser behandelt und müssen klarer noch abgesegnet werden. Und da ist auch der Fall, dass dann immer, wenn der Erziehungsberechtigte da ist, muss dieser zustimmen. Oder auch im Erwachsenenrecht, wenn ein gesetzlicher Betreuer vorliegt, der die Zwangsmaßnahmen ablehnt, dann werden diese Zwangsmaßnahmen nicht durchgeführt. Dann trägt die Verantwortung zwar der gesetzliche Betreuer, aber sie werden nicht durchgeführt. Und ich habe das letzte Mal gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen, gibt es keinen Grund, ich muss sagen, aus psychiatrischer Sicht gibt es keinen Grund für Zwangsmaßnahmen. Und deshalb bitte ich alle wieder, den Kopf einzuschalten. Ich habe das Gefühl, im Moment ist nur Angst, klares Denken. Was habe ich mir angehört? Dass ich bin mangelnd respektvoll und es gab noch so ein paar Dinge, wenn ich diese Meinung, die ich hier habe, kundtue. Und da muss ich einfach sagen, ich will, dass wir den Kopf wieder einschalten, dass man seine Meinung, und gerade wenn es eine fundierte Meinung ist, klar sagen darf. Und dass wir unsere Kinder wieder schützen. Dankeschön. Vielen Dank. Es war noch besser, es ist deine erste Rede. Wir haben gesagt, wir machen hier ein bisschen offenes Mikro. Hat jemand was zu sagen? Mag jemand was sagen? Das muss noch nicht so lang sein, darf auch kurz sein. Einfach vorkommen. Hallo ihr Lieben, die, hört man mich ja, hallo ihr Lieben, die, die ihr hier alle versammelt seid. Kurz etwas zu meiner Person, wieso ich hier stehe. Ich bin Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Ich bin weder eine Rechtsradikale, mein Mann ist Ausländer, wie wir ja mittlerweile, wir Querdenker, die anders denken oder Sachen hinterfragen, betitelt werden. Ich bin auch keine Verschwörungstheoretikerin oder ich bin auch keine Corona-Leugnerin. Aber wer ich bin? Ich bin eine verantwortungsvolle Mama, die sich unglaublich Sorgen macht. Wieso mache ich das? Wieso stehe ich hier? Oder bin der Meinung, dass das nicht okay ist? Ich bin Interiorplanungsdesignerin bei einem Weltkonzern und ich erlebe seit der ersten Stunde an, seitdem es Pflicht war, Maske zu tragen, erlebe ich es, eine Maske tagtäglich zu tragen. Und zwar zwischen sechs und acht Stunden tue ich das, weil ich permanent mit Kunden zu tun habe. Und am Anfang hat man die Folgen, was es bedeutet, permanent als Erwachsener schon eine Maske zu tragen. Ich rede gerade über das Verhalten bei Erwachsenen. Es ist gar nicht auszumalen, wie es bei den Kindern ist. Ich erlebe mittlerweile, was es ausmacht. Am Anfang hat man nicht gesehen, als alle Mitarbeiter in unserem Weltkonzern die Masken getragen haben, dass es irgendwelche Schäden von sich trägt. Mittlerweile, fast sechs Monate später, kann ich nur sagen, bei uns fallen die Leute reinweise um. Wir haben einen Krankheitsstand, wie wir es noch nie in unserer Konzerngeschichte hatten. Die Leute sind aber nicht krank wegen Corona oder anderen Sachen, sondern sie sind krank, weil sie anscheinend durch ihre Kopfschmerzattacken, unter die mittlerweile jeder leidet, durch Schwindelanfälle, durch Zusammenbrechen, durch Zitteranfälle, durch verdicktes Blut, was teilweise bei Untersuchungen rauskommt. Deswegen sind die Leute krank. Die Leute, die Leute bei uns im Konzern sind auch nicht nur, leiden nicht nur unter diesen Symptomen, sondern was sich mittlerweile bemerkbar macht, mittlerweile schlägt es bei den Leuten auf die Psyche. Und ich kann dazu sagen, ich habe pro Woche circa, sehe ich ungefähr 5000 Menschen, die an mir vorbeilaufen teilweise auch oder die ich durch Glasscheiben sehe. Aber die Tatsache, die, was ich beobachte, nicht nur bei unseren Mitarbeitern, sondern auch bei den Leuten, die natürlich bei uns auch die Masken tragen müssen, ist folgendes, die Leute fangen an, depressiv zu werden. Ihr ganzes Verhalten verändert sich tagtäglich. Die Leute, wie die Psychologe Nina schon gesagt hat, fangen anscheinend an, unter Depression zu leiden. Das schlägt dermaßen auf die Psyche. Und die Tatsache ist einfach die, was mir bei dieser ganzen Geschichte ganz gewaltig fehlt, wenn es um unsere Kinder geht, die im Wachstum sich befinden, deren Gehirnsynapsen, alles von denen wächst noch, deren Lungen wachsen, alles an denen die Zellen wachsen, alles, 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 ist, die brauchen viel mehr Lungenvolumen als wir, die können so wie wir Erwachsene noch gar nicht einschätzen, wenn sie sich schlecht fühlen, was sie sozusagen, wie sie reagieren sollen. Und was mir sozusagen bei der ganzen Sache fehlt, ist einfach die Studie, was wirkt es langfristig bei unseren Kindern aus, gesundheitlich. Der nächste Punkt ist halt Tatsache auch, dass einfach irgendwie von der Regierung, normalerweise werden Gelder für alle möglichen Sachen ausgegeben, zum Beispiel gerade was Kinder anbelangt, es wird jeder Babybrei untersucht, es wird jedes Spielzeug auf Schadstoffen untersucht, es wird einfach alles bei Kindern untersucht, aber wieso gibt es keine wirkliche Studie darüber, was bewirkt es bei unseren Kindern, das Maske tragen? Wieso gibt es das nicht? Wieso gibt es dafür keine Gelder? Die nächste Frage ist die, wieso kriegen Krankenhäuser für leerstehende Betten pro Tag 5.400 Euro für ein leerstehendes Intensivbettenbett in einer Klinik? Ich frage mich, woher kommen die Gelder? Wieso hat man diese Gelder nicht, um Studien für unsere Kinder auszuführen? Wieso nicht? Tatsache ist, ich möchte euch einfach als Mama, ich bin keine Ärztin, ich kann euch nicht sagen, was was anrichtet, aber was ich euch sagen kann, ist, ich kenne euch nicht, dennoch fühle ich mich mit euch sehr, sehr verbunden, weil ihr genauso wie ich hier steht, und ich kann euch nur sagen, bitte, 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 bleibt euch alle treu, hört auf euer Herz, schließt eure Augen, stellt euch die Frage, ist das, was ich tue, ist das richtig oder ist das falsch? Ist das, was mit unseren Kindern getan wird, richtig oder falsch? Und wenn euer Inneres, euer Herz sagt, da sind ganz viele Sachen nicht korrekt, dann bitte, dann bleibt standhaft, und probiert mit dieser Energie, auch alle anderen um euch herum anzustecken, und zu ermutigen, aufzustehen, damit wir das endlich mal beenden können. Dankeschön. Ich möchte Sie gerne etwas fragen, und zwar, Sie haben gesagt, Sie arbeiten in einem großen Konzern, mich würde interessieren, wie verhalten Sie sich in dem Konzern, und was mich auch interessieren würde, gibt dieser Konzern, dieser Belegschaft, die immer kränker wird, haben diese Menschen eine Chance in dem Konzern? Ist der Konzern, ja, Sie verstehen. Okay, also, ich möchte diese Frage beantworten. Ich habe das große Glück wenigstens, dass der Konzern, in dem ich arbeite, ich möchte ihn jetzt einfach nicht nennen, weil ich gehört habe, dass das wohl rechtlich nicht erlaubt ist, ich kann euch nur sagen, der Konzern, wo ich arbeite, ist relativ, relativ sozial, das heißt, uns wird eingeräumt, wenn es uns nicht gut geht, wir dürfen sofort an die frische Luft gehen, es wird wirklich darauf geachtet, dass wirklich angebliche Risikopatienten, sozusagen ins Homeoffice geschickt werden, und wie wir uns verhalten ist, oder ich mich verhalte, ich habe ein Pulsoximeter, und sobald ich merke, ich fühle mich selber auch unwohl, setze ich den an, und wenn ich merke, ich habe zum Beispiel erhöhten Puls, oder irgendwas ist passiert, durchs Maske tragen, jeder sollte sich einfach mal gönnen, so einen kleinen Pulsoximeter zu kaufen, und den mal selber an seinen Finger ansetzen, dann sieht er schon, was es bewirkt, und ich setze den an, und dann weiß ich sofort, alles klar, ich unterbreche, ich mache Pause, und ich muss sagen, unser Arbeitgeber ist da noch relativ kulant, aber so wie ich das von sehr, sehr vielen mitkriege, ist das natürlich nicht gang und gäbe in der Schule, weil da tragen die Kinder, oder wo auch immer das ist, einfach die Masken weiter, und das Ding ist ja auch, in einer Schule, jede Lehrerschaft tickt ja anders, da gibt es ja wirklich welche, die die Kinder zwei Stunden lang Sport machen lassen, oder mittlerweile ist es ja glaube ich untersagt, aber die zum Beispiel die Kinder vier Stunden lang unterrichten, bis sie das erste Mal die Maske absetzen dürfen, das ist natürlich sehr variabel, ich persönlich kann halt nur sagen, ich glaube da sollte viel mehr an den Schulen eingefordert werden, dass da wirklich kontinuierlich darauf geachtet wird, alle halbe Stunde sollte eigentlich eine Pause stattfinden, ich glaube das wäre erstmal der erste Weg dorthin. Einfühlsamer geht es ja glaube ich überhaupt nicht und eindringlicher geht es auch nicht. Alex, was will man von unserer Regierung erwarten? Wenn wir eine Bundeskanzlerin haben, die sagt, eure Kinder sollen jetzt mal die nächsten Wochen und Monate maximal mit einem anderen Kind spielen, das muss man sich vorstellen, solche Menschen bestimmen über unser Land, bestimmen über unsere Kinder, bestimmen über unsere Zukunft, bloß vom Leben haben die irgendwie glaube ich keine Ahnung, die leben in einer Blase und haben keinerlei Empathie. Aber deswegen, so sehr wie uns das auch wieder angeht, ich kann immer wieder bloß darauf hinweisen, das was in uns ist, ist viel wichtiger und auch das, was wir, jeder Einzelne tut, wie jeder Einzelne von uns agiert und viele Menschen, ich habe heute wieder zwei bei mir im Büro stehen gehabt, die zwar gesagt haben, ja, du hast da schon recht, aber, ja, ich kenne da einen, oder da ist das, die sind halt nicht so weit, die müssen halt noch das glauben, was in der Tagesschau oder in der, in der, in ZDF, in heute oder sonst was kommt und das darf man denen auch nicht übel nehmen. Klar könnte man sagen, informiere dich besser, aber wenn sie es nicht tun, wenn sie es nicht können, dann sind sie gerade an dem Punkt. Aber ich verspreche euch, ich habe es schon so oft erlebt, dass Leute irgendwo ein Erlebnis haben und dann macht es Klick und dann fangen die auch mal an und schauen einmal nach, dann hören die das erste Mal was und dann auf einmal geht es ganz schnell, dann fangen die an sich zu informieren, dann wissen die Sachen, die kenne ich noch überhaupt nicht und kommen dann damit her. Genauso wie ich es sehr oft erlebt, dass die Leute, ich muss denen gar nicht viel erzählen, die, die schon ein bisschen was wissen, die fangen auf einmal zum Erzählen an und sagen, ich habe das und das und das schon und dann haben sie gesagt, ja, ist recht, das habe ich auch schon gehört und dann machen die weiter. Also es sind ganz viele Menschen da, die haben schon viel Information. Wir müssen bloß ihnen den Mut geben, diese Information, die sie eigentlich schon haben, auch selbst zu glauben. Sie wissen es, glauben es aber noch nicht und wir müssen ihnen das Vertrauen geben, dass sie richtig liegen, dass sie da weitermachen können und dass sie keine Angst haben müssen. Ja, haben wir noch jemanden, der hier was sagen möchte im offenen Mikrofon, das wäre sehr schön. Wunderbar, vielen Dank. Hallo, ich bin die Sonja. Ja, ich wollte so ein bisschen was Positives noch sagen, weil natürlich wünsche ich mir, dass es anders wäre und ich finde es ganz gruselig, was mir so begegnet. Also meine Mama hat mir jetzt auf dem Spielplatz erzählt, ich muss dazu sagen, die junge Dame, die hier so Spaß hat auf der Demo, das ist meine Tochter, die ist jetzt eineinhalb und ich habe den Luxus, dass sie noch nicht in die Schule geht und ich mich nicht mit der Frage auseinandersetzen muss, würde ich sie schicken oder nicht oder was tätig, um sie daheim zu behalten. Ich muss mir nur die Frage stellen, würde sie zur Tagesmutter gehen, wenn die eine Maske trägt und die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Nein, sie würde nicht gehen, weil sie lernt Sprache, sie lernt Gesichter lesen, sie lernt Sympathie mit anderen aufbauen, sie lernt da ganz viel und das würde ich ihr nie, nie, nie nehmen und da wäre es mir auch völlig egal, wie wir das Geld nicht hinkriegen würden, dann würde ich daheim bleiben. Natürlich gibt es da noch kein Gesetz, aber ganz, ganz wichtig. Genau, genau, da klatscht sie schon, das findet sie auch wichtig und es war auch so eine Mutter am Spielplatz, die sagte mir, oh ganz stolz, das erste Wort des Kindes wäre Maske gewesen und ich habe gedacht, oh Gott, wenn diese Welt weiter so überstehen bleibt, dann finde ich es ganz schön geruselig. Aber ich kann nur sagen, ich habe in dieser Zeit wahnsinnig viel auch gelernt über mich und ich finde, was vorher auch gesagt wurde, Grenzen setzen, Nein sagen, das ist sowas, was uns glaube ich abtrainiert wurde, ja, also Nein sagen ist in unserer Gesellschaft sowas, was irgendwie nicht erlaubt ist, das ist böse und ich sehe das immer an Sophie, so heißt meine Tochter, die weiß ziemlich genau, was sie will und wehe, ich sage dann Nein, dann fechten wir das ganz schön aus, mit eineinhalb kann man das schon ganz schön machen und ich denke mir, was für eine Mut, was für eine, ja Klarheit auch, was ist mir wichtig und auch dann da Nein zu akzeptieren und ich finde es ganz gigantisch, dass es sich doch immer wieder Leute gibt, die sich auch neu dazu trauen und klar, wenn man hierher kommt und dann denkt man, naja, es hätten schon ein paar mehr sein können und auf der anderen Seite ist es sozusagen, ihr steht hier und ich stehe hier und wir halten es aus, dass jemand anders sagt, deine Meinung finde ich total blöd oder warum gefährdest du mich oder warum bist du anderer Meinung, aber ich denke, das ist so die riesen Chance, wir dürfen so richtig erwachsen werden in dieser Zeit, wir dürfen sagen, nee, Grenze wurde es vorhin genannt, wir dürfen uns selbst ermächtigen, ich nehme das Wort jetzt ganz bewusst, weil das ja Mittwoch auch ein großes Thema war, Gesetze, und zu sagen, als Gesellschaft, wir sagen Nein, wir stehen auf, kann uns ja auch zeigen, wie mächtig wir sind, wir unterschätzen das oft, vorhin wurde genannt Ohnmacht, also diese erlernten Verhaltensweisen und ich stehe ganz bewusst hier, weil ich möchte, dass meine Tochter mal auch sich hinstellt, wenn Unrecht passiert, ich habe mir das geschworen, ich hatte Geschichts-LK und mein Geschichtslehrer hat immer gesagt, es gibt drei Kennzeichen, wenn es eng wird für eine Gesellschaft, wenn die Leute kein Geld mehr haben, gut, schauen wir mal, was noch kommt, also gedruckt wird ja genug, das zweite ist, wenn es eine Ideologie gibt, also wenn Corona keine Ideologie geworden ist, weiß ich nicht mehr, und wenn die Leute dann noch Angst haben, und so kann man ein Volk ganz gut dirigieren, und da geht es dann nicht nur um Masken, Masken zementieren das für mich, und ich möchte, dass Sophie in einem Land aufwächst, in dem die Leute sich in die Augen schauen, in dem sie sich die Hand reichen, und wo sie aufstehen, wenn Unrecht passiert, und dafür steht ihr heute alle hier, und auch wenn es manchmal unangenehm ist, und wenn es scheiße ist, ich nenne es wirklich so, ich habe das auch im Freundeskreis, und viele können mich da nicht nachvollziehen, und sagen, ich steigere mich rein, und man muss doch in seiner Mitte bleiben, und uns geht es doch gar nicht so schlecht, und so weiter, ich möchte nicht dastehen, wie 33, und gefragt werden, warum hast du denn nichts gesagt, sondern ich möchte zu vielen die Augen schicken können, und sagen können, ich bin aufgestanden, und habe mein Möglichstes getan, und wahrscheinlich ist es sehr viel mehr, als ich je gedacht hätte, was ich und ihr miteinander erreichen können, und so her vielen Dank, dass ihr da seid, weil es geht auch um die Zukunft von meiner Tochter, von meinen Patenkindern, von allen Menschen, die ich hier liebe, und auch vielen Menschen, die ich es noch nicht mal sehen kann, was gerade mit ihnen und ihren Kindern hier gerade passiert, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, wie ihr seht, habe ich einen leichten Luxus, in meiner Familie ist das ein bisschen anders, das ist meine Schwester, die meisten meiner Familie denken so, deshalb werde ich nicht immer irgendwie angefeindet, oder ähnliches, wie die Nina es mir berichtet, deshalb ist es bei mir einfach ein bisschen leichter, da mein Umfeld ein bisschen anders ist. Ja, ich habe mir auch so ein bisschen was zusammengeschrieben, aber eigentlich hatten wir viele hochkarätige Redner, finde ich hier, ich kann euch jetzt noch was über Pulsoximeter, oder sonst was erzählen, für alle, die es immer noch nicht glauben können, die kann man kaufen, kosten so 30 Euro, so ein kleiner Fingerclip, macht man sich einen Finger, dann nehmt euch mal eine Maske, wie eure Kinder tragen müssen, die tragen wir, wie wir gerade von der Nina gehört haben, teilweise acht Stunden, dann setzt ihr euch mal mit so einer Maske hin, mit dem Pulsoximeter, und dann könnt ihr sehen, wie die Sauerstoffsättigung fällt. Ist jetzt nicht so spannend für euch, glaube ich, kennt ihr alle schon, wisst ihr alle schon, aber gebe diese Möglichkeit. Was spannenderes wäre, weil da stehen wir noch relativ am Anfang, ich habe jetzt schon mit einer Anwältin gesprochen, die hat auch schon mit einem leitenden Notarzt gesprochen, die meisten Allverfahren, die man gelesen hat, gegen diese Masken, die sind ja nicht abgewiesen worden, vor Gerichten. Die meiste Begründung war, jetzt muss ich doch spicken, die Begründung war, das ist ja eigentlich genau, die Perversion nenne ich jetzt mal, es gibt ja bis jetzt keine Kinder, die quasi Probleme haben, wir haben ja auch keine Studien drüber, da haben wir auch keine Kinder, die Probleme haben, super, sehr intelligent gemacht. So, die Gerichte haben auch gesagt, das kann man auch nachlesen, wenn Probleme auftreten, dann kann man wieder vor die Gerichte ziehen. So, das heißt jetzt aber, das ist ein bisschen mehr Aufwand, vor allem die, die Eltern sind und auch Kinder haben, die Probleme haben, das heißt Nasenblut und Kopfweh. Es geht ja nicht nur um physische, also körperliche Dinge, die die Kinder haben, sondern auch psychische. Es gibt ja Kinder, die wollen jetzt schon gar nicht mehr in die Schule gehen, kriegen Schreikrampf. Nina hat ja schon zum Beispiel bis zu Dicht, dass ihr Sohn gar nicht mehr hingehen will. Da kann man sich auch mal mit einem Zinder-Psychiater darüber unterhalten und dann müsste man ein sogenanntes vitales Gutachten erstellen lassen, hieß es. Und damit müsste dann über einen Anwalt vor Gericht gehen. Leider ist es ein längerer Weg und der wird nicht einfacher. Ich habe mich jetzt nachher mit der Dame aus Liebe zum Grundgesetz unterhalten, weil ich sehe für mich, ich versuche immer Leute anzurufen, sie zu motivieren und irgendwas zu machen, aber die glauben, das geht immer wieder weg und es wird wieder besser. Nein, das wird es nicht. Wir müssen für unsere Kinder aufstehen, wir müssen für sie einstehen und wir müssen etwas tun. Und egal wie lange das dauert, ich werde da auch weitermachen. Danke. Wie gesagt, die ganzen anderen Sachen, die ich mitgebracht habe, ich brauche jetzt nicht erzählen, dass es auch Ärzte gibt, die genau der gleichen Meinung sind, wie die, wie wir hier stehen. Ich glaube, das nächste wird das Interessante sein, wirklich, wir brauchen Kinder, wir brauchen Eltern, die sich trauen, wir brauchen Kinderpsychologen, wir brauchen Kinderpsychater, wir brauchen Kinderärzte. Fangt einfach mal an zu telefonieren, fragt bei euch rum, ich habe keine Lust, dass noch mehr Kinder in Schulen umfahren, und so, sie wissen alle, dass schon unschöne Dinge in Höhenkirchen und Ottobrunnen passiert sind, die natürlich die Medien wieder totschweigen, aber es ist so, und wir werden da alle miteinander was tun müssen. Genau. Mehr? Hast du noch was, Bernd? Bisschen was habe ich noch. Bisschen was hast du noch? Gut. Bernd ist immer spitze. Ich sage mir, du schaust die Finger, so ist das nicht. So, erstmal für euch ein paar Tipps, was man dieses Wochenende machen könnte. Also, morgen hätten wir zum Beispiel Mülldorf, 13 Uhr am Stadtplatz. Auch morgen, ups, in Wasserburg, auch 13 Uhr, wäre jetzt nicht so weit weg. Am Sonntag in Dorfen, am Marienplatz um 13 Uhr. Und am Sonntag um 13 Uhr in Ebersberg, wäre auch nicht weit weg. Tja, und wenn ihr meine Wenigkeit wieder sehen wollt, dann kommt es am Sonntag nach Rosenheim um 14 Uhr, da ist der Karl Hiltz auch da. Der, wer beinahe heute auch gekommen hat, jetzt aber leider auf eine Spontan-Demo müssen, weil der hat mal, um zwei hat er noch gesagt, er schaut vorbei, aber um 14 Uhr hat er dann leider gesagt, das schafft er doch nicht. Aber auf alle Fälle wäre ganz toll, wer kann am Sonntag nach Rosenheim. Denn, ich will zwar niemandem Angst machen, aber, ja, viele wissen ja, dass der, Bodo Schiffmann am Dienstag in Rosenheim war und hat da wohl, die Polizei hat sich da etwas typiert gefühlt und ja, sie bin der Veranstalter in Rosenheim und am Montag hat praktisch das Ordnungsamt und wir wollten ein Kooperationsgeschäft, haben die gesagt, haben die angerufen, nee, wir brauchen kein Kooperationsgespräch, überhaupt kein Problem, das machen wir eine halbe Stunde vor der Demo, weil wir haben vor vier Wochen eine gemacht, völlig unproblematisch. Ja, dann danach auf einmal, das war zwar noch vorm Schiffmann, ja, wir brauchen noch ein Kooperationsgespräch und gestern durfte ich dann mit dem obersten Sheriff von Rosenheim, mit dem obersten Ordnungsamtshütter von Rosenheim, mit dem Juristen von Rosenheim, Gott sei Dank auch wir mit Jurist und einer Stellvertreterin da sitzen und dann wurde uns erklärt, was wir zu erwarten haben. Wir werden das Ganze, das bin ich sicher, friedlich und wunderbar hinkriegen, aber, was ich euch als positiv mitgeben will, die wissen, dass sie Angst haben müssen. Es ist zwar schade, dass wir es über das hin machen, aber die wissen, es sind Menschen da, sie wissen, dass man die Menschen, entweder sie versuchen, es jetzt mit dem letzten Ding, uns immer noch klein zu halten und wir dürfen uns nicht klein halten lassen. Und jeder geht auch dahin, wo er sich wohl fühlt, auf eine kleine Veranstaltung wie hier oder auf eine größere Veranstaltung, wo sich vielleicht auch mal ein bisschen was rührt. Da, wo ich sein werde, wird es immer friedlich sein, weil ich absolut, ich bin der Überzeugung, dass wir nur mit Liebe, nur mit Frieden, was verändern können, weil wir können auch nicht sagen, das sind die Falschen und das ist scheiße, was die machen, weil dann sind wir genauso wie die, sie machen, was sie machen, wir machen, was wir machen, wir bleiben bei uns, wir bleiben bei unserer Liebe und in uns selber und dann werden wir zumindest für unsere eigenen Personen immer auf der richtigen Seite sein. Ja, gibt es noch jemanden, der vielleicht jetzt zu irgendeiner Veranstaltung was sagen möchte oder auch von seinen eigenen Erfahrungen, weil das habe ich jetzt immer wieder gesehen, ihr seid ja alle hier, weil ihr irgendein Erlebnis gehabt habt, warum ihr jetzt hier steht oder warum ihr jetzt überzeugt seid, jetzt muss ich was machen, also es wäre auch sehr schön, wenn jemand so ein Erlebnis erzählt, weil jeder hat ein eigenes Erlebnis und jeder hat einen eigenen Punkt, wo er einfach gesagt hat, er kann nicht zurück, weil jetzt ist es einfach so, es gibt keinen, also wer einmal merkt, es stimmt was nicht, der muss was machen, der kann auch nicht mehr anders und das ist das Gute, die können uns auch nicht mehr zurückholen, die können uns mit keinem Konsum mehr kaufen und die können uns mit nichts mehr kaufen, weil wir wissen jetzt umso besser als wie früher, wir brauchen das alles nicht, wir brauchen uns hier. Ja, wo ist jetzt der Christian? Da ist der Christian. Du musst mir schon ein bisschen helfen. Da kommt... Ja, gerne. Und zwar, in der Zeitung habe ich vor zwei Wochen gelesen, dass es in den Pausen jetzt ohne Maske sein soll und auch im Sportunterricht, ich weiß nicht mehr was, ist das hier umgesetzt worden in München? Nein. Oder hier im Umkreis, wo auch immer? Nein. Weil? Warum nicht? Weil sonst würde ich nochmal an die Rektorin schreiben. Die 1,5 Meter können nicht eingehalten werden können. Wie bitte? Die 1,5 Meter können nicht eingehalten werden können. Ich bin genau, danke. Ich wollte wieder an die Rektorin schreiben, dann spare ich mir das lieber gleich. Ich habe schon für die Massenpflicht... Nein, ich habe schon, ich habe schon die Massenpflicht, dann war es ja aufgehoben, dann war es jetzt wieder, dann wollte ich sie testen, dann habe ich das abgesegnet und so weiter. Also ich bin schon da. Ja, was soll ich denn schreiben? Ich schreibe gerne wieder. Ich bin dazu gerne... Jeden Tag. Jeden Tag, achso. Naja, ich kann es ja mal probieren. Ich nehme einfach mal das aus der Zeitung und schreibe es ihr mal wieder, ob sie das schon weiß. Und genau, die macht aber nicht so gerne ihre Hausaufgaben. Okay, vielen Dank. Super, vielen Dank. Das sind die Dinge. Und die bewirken was. Ihr glaubt es gar nicht. Wenn da jeden Tag ein Brief kommt, und wenn der Brief dann irgendwann nicht mehr von einer Person kommt und von einer Mutter und von einem Vater, sondern wenn jeden Tag von fünf Vätern und Müttern was kommt und dann nächste Woche vielleicht von zehn, das macht was. Und die haben ihren Rahmenhygieneplan. Ich meine, ich bin auch so. Ich will keinen Rektor und keinen Lehrer in Schutz nehmen. Aber was unsere Regierung macht, ist eigentlich die größere Sauerei. Die haben einen Rahmenhygieneplan für die Schulen aufgestellt und sagen halt zu den Schulen, setz das um. Und wenn dann irgendein Ausbruch in einer Schule ist, dann heißt es, ihr habt was verkehrt gemacht. Sondern ihr seid sehr verantwortlich für eure Schule. Und das ist die Sauerei. Unser Staat macht uns hier Gesetze, beziehungsweise Gesetze macht er ja noch nicht mal, auch wenn er es jetzt gerne möchte, wie letzten Mittwoch. Sondern sie machen Verordnungen und sagen, mit den Verordnungen schaut es jetzt, wie es zurechtkommt. Und auch das ist vielleicht nochmal für die Maske. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ändern sie eben nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund, warum sie sich nicht ändern. Auch in der 8. Bayerischen Infektionsschutzverordnung steht eindeutig drin, eine Glaubhaftmachung, dass man keine Maske tragen kann. Klar, das wird immer gleich mit Attest gleichgesetzt, aber es gibt sehr wohl noch andere Arten von Glaubhaftmachung. Es gibt eine eidesstaatliche Versicherung. Man kann einfach sagen, ich kippe jetzt um, wenn ich die Maske trage. Und ich kann euch auch sagen, warum sie das machen. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Und es ist nämlich so, wenn ihr jetzt die Maske tragt und ihr fahrt das Auto oder ihr kippt um oder ihr stolpert, weil eure Brille angelaufen ist und ihr sagt dann, ja, du Staat, du hast ja gesagt, ich muss die Maske tragen. Dann sagt der Staat, ja, du Depp, warum tragst du die Maske, wenn du es nicht tragen kannst? Und das ist die Sauerei an der ganzen Sache. Sie schieben die Verantwortung überall hin. Sie geben uns Verordnungen, die sie wissen, dass sie irrsinnig sind. Und diese Verordnungen lassen sie uns und alle anderen mit der Verantwortung alleine. Und deswegen wehrt euch dagegen. Und ich kann es immer wieder nur betonen, wehren funktioniert. Und ihr werdet sehen, wie viele Menschen auf euch zukommen. Also, was ich die letzten Wochen erleben darf, das ist echt unfassbar, wer alles auf mich zukommt. Ob das in der Tiefgarage ist, dass der Nachbar daherkommt. Und wenn ich sage, du, Sonntag haben wir eine Demo in Rosenheim, dann hat er gesagt, ja, ja, das weiß ich schon. Und du, ich bin stolz drauf, dass du das machst. Von Leuten, wo ich überhaupt nicht rechne damit. Oder wie wir noch, bevor wir nach Leipzig gefahren sind, sagt man die Woche drauf, unsere Geschäftsführerin, der und der hat nach dir auch gegriffen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du bist weg. Dann hat er gesagt, Leipzig, oder? Habe ich gesagt, ja, ja, ich fahre auch. Ein Kunde, wo ich niemals gerechnet hätte, dass der überhaupt in die Richtung geht. Es sind viel mehr. Bloß die meisten sind halt noch nicht so, dass sie sich hierher stellen. Aber wenn ihr den Menschen ein bisschen zeigt, also, ja, kann ich mal, der zeigt doch mal so einen Umarmarmbar-Button rum. Wir haben wunderbar welche mit Magneten da. Dann weiß schon mal jeder, oh, den kann ich vielleicht ansprechen. Der denkt auch so. Das ist völlig unverfänglich und zorgt aber nach außen hin halt schon, ja, ich bin umarmbar. Und ihr glaubt es gar nicht. Also, ich kann es den Männern vor allem empfehlen, ihr werdet oft umarmt. Vielleicht wissen es die meisten hier, aber nochmal drauf eingehen, auf diese Glaubhaftmachung. Das ist jetzt bei uns auch schon in der Schule und ähnliches passiert. Ich finde es einfach unglaublich. Ihr seid... Lauter. Lauter. Ihr seid erwachsene Menschen. So, wir erzählen unsere Kinder, also ich versuche, die gut zu erziehen und ich sage meinen Kindern, der Lehrer ist natürlich deine Respektperson. Das passiert dann natürlich, wenn der Lehrer zu den Kindern sagt, du trägst die Maske, dann trägt er die Maske, bis er umfällt. Glaubhaftmachung funktioniert da nicht. Wir hatten eine WebEx-Meeting mit dem Landrat Göbel, da habe ich ihm auch nochmal erklärt, was eben in diesem Infektionsschutzgesetz drin steht, was auch der Bernd sagt, da könnt ihr auch gerne mal zur Polizei gehen und fragen, die werden euch das auch bestätigen. So, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, so ein kleiner 6-jähriger Knirps, wie mein Sohn zum Beispiel, sitzt in der Schule, dem wird schwindelig, dem wird schlecht, der nimmt die Maske ein Stück ab. So, in der Zwischenzeit haben die meisten Lehrer so viel Angst, weil sie sich überhaupt nicht informieren, da werden die Kinder angebrüllt, du setzt sofort wieder die Maske auf. Da sage ich dann, da schreibe ich dir dann eine Mail, ich habe sogar mit dem Landrat, hat mir bestätigt, jedes Kind kann jederzeit und immer und überall die Maske abnehmen. Ja, das steht da, wie der Bernd gerade gesagt hat. Das könnt ihr euch von der Polizei bestätigen lassen. Das interessiert die Lehrer gar nicht. Aber ich glaube, die meisten von euch, die können, die wissen das. Ja, soll ich jetzt noch loswerden? Will jemand noch was sagen? Sonst, danke ich mich recht herzlich, dass ihr alle gekommen seid. Wir werden versuchen, das regelmäßig zu machen. Wenn ihr Bekannte, Verwandte, wie auch immer habt, die auch Kinder haben, die wirklich schon physisch wie psychisch ein Schaden oder ähnliches haben, dann drängt die darauf, so ein vitales Gutachten erstellen zu lassen. Nur damit kommen wir wirklich weiter. Das war das Letzte, was ich sagen wollte und damit sucht dann die Versammlung für beendet erklären. Danke, dass Sie alle da waren. Schönes Wochenende.